Ihr seid gegrüßt, willkommen zurück zu Let's Play Iceman Dale 2 Ja, wir werden wohl den Wald durchforsten dürfen, denke ich zumindest Ich wüsste jetzt keine bessere Lösung Wir können höchstens nochmal versuchen, wir haben ja Madame Waldläuferin, die müsste doch Spuren lesen können oder wie sowas Wenn sie das als Fähigkeit irgendwo hat Ich glaube aber nicht Ja, du hast ja viel Wolfspelze Wir können ja mal eben in den Charakterbogen gucken Mh, Umgang beim Trickswaffen, nein, nein Doch hier? Nein Rüstung Flinkertschmütze, achso, gefühlt Tiere, Konsortionen, verstecken, leise bewegen, ja gut, alles klar können wir also nicht Und du sagst uns keinen netten Weg Ich danke euch, lebe euch wohlgeist Ja, ich glaube Norden war schon mal eine ganz gute Entscheidung Ich schreibe hier mal immer so ein bisschen was auf den Zettel Genau, da sind wir hier zu den bösen, dummen Wölfen gekommen, die mich aufgeregt haben Letztes Mal sind wir in die Richtung weitergegangen, das heißt wir können nach Südien und nochmal nach Norden Ach, gehen wir einfach nochmal nach Norden Kann doch schlimmer werden Das sieht auf jeden Fall schon mal wieder nach einem neuen Gebiet aus Alles gut, ich notiere das mal eben, also Norden Norden Hm, da sind auch schon wieder drei Wege Das passt mir gar nicht Schneetroll töten Das ist wieder Schneetroll mal, ja, Schamane, Scheiße Äh, erst den Schaman töten, oder wie? Ja So, du dahin, du machst dir mal Meteoritchen Genau Und du nimmst dein Schwert Erledigt Und du läufst da noch ein bisschen rum Tüdelülü Hallo Schamane, keiner kann nicht leiden Ja, wird ruhig stille, das bringt im Moment eh nichts Oh, der Schamane brennt schon mal ganz ordentlich Ich müsste nur nochmal jemand umbringen demnächst Oh Ist das alles, was du kannst? Ja, schon fast hinüber, dann kriegst doch keiner hin Ne, ne, ich zaube mir nochmal Meteoriten in die Hand Können sie jetzt mal ja Ah, umbolzen, danke So, dann geht's da hin Wir werfen jetzt noch so Meteoriten drauf So, das ist ein normaler Schneetreu und das auch Ah, die haben's ja schon fast hinter sich So, der ist dann auch hinüber Und dann haben wir hier unten noch den einen Bösen Und weg ist er Einfacher als gedacht Oder auch nicht So, Schätze gibt es hier schon mal weniger Hier oben gibt's anscheinend auch keinen Weg Aber wir können uns dann nochmal in Ruhe umgucken Und wir speichern mal Ich hoffe mal, wenn die Gegner tot sind Sonst sind die Gegner tot Vielleicht sollten wir auch nochmal nach Fallen suchen Das wieder auch mal Mhm Wo geht's denn da hin? Also wir haben da einen Weg, da einen Weg Hier unten einen Weg und hier einen Weg Gehen wir mal zurück nach Westen Oder wie sehe ich das, wenn wir von da gekommen sind Wir probieren's einfach mal Wenn der Weg nicht rausführt Dann wissen wir schon mal, dass wir nicht ganz falsch sind So Okay, er führt nicht raus, aber wir kommen hier hin Hm, das bedeutet Was das bedeutet, weiß ich auch noch nicht So, ähm, such mal nach Fallen Ich kümmere mich drum Ich würde mich mal interessieren, ob wir was finden Ah ja Da kommt dann dieser Baumstamm immer hoch oder was Oder das ist irgendeine Fallgrube Und da haben wir auch noch eine Das wäre eben schon mal falsch abgebogen Oder wie sehe ich das? Wir können natürlich einfach mal weitergehen Also hier ist auf jeden Fall nichts drin Ja Und dann denke ich mir nicht, dass wir richtig gegangen sind Dann gehen wir mal hier weiter Mhm, da kommen wir hier wieder raus Und die fallen wieder neu Das wäre nämlich gut zu wissen Dagegen fallen einmal entschärft und für immer weg Habe ich prinzipiell nichts Was darf es denn sein? Gibt es hier vielleicht noch einen Ausgang, der ja nicht so offensichtlich ist? Nee, nur der, wo wir rausgekommen sind Aha Gehen wir da doch mal rein Aha Wie ihr wünscht Es gibt ab und zu mal ein neues Skelett Hm Wenn es euch Spaß macht Wenn es euch Spaß macht Nee, das hier scheint wohl die Sackgasse zu sein Ah ja, der Baum ärgert mich Alles klar Wenn es euch Spaß macht Raus hier Probieren wir das Ganze doch nochmal Bin schon unterwegs Norden, Norden und dann ein anderer Weg Aha Ich bin gespannt Ah ja, es gibt hier immer zu mal ein paar neues Gelächter oder so Warte mal so ein paar Skelett Durch sind ja immer nicht schlecht Die geben gute Erfahrungen Und sind lange nicht so zäh wie die Ähm, warte mal Da hat jemand seine falsche Waffe in der Hand Hier, nimm mal das Ding So Also hier ging es nicht rein So sei es Hier oben gibt es Definitiv nichts Oder wie soll ich das Na, jetzt bin ich dann wieder ohne nach Fallen zu suchen Einfach mal hingelaufen Nee, scheint nicht so Haben wir hier einen Weg? Nee, doch nicht Das ist nur eine Erhöhung Hier und hier Natürlich den Weg, den wir gekommen sind Aber Die Frage ist, ob das Spiel so gemein ist So ein Weg halt Okay, das kennen wir auch irgendwoher Das ist aber der Wolfsburg Das heißt, wenn wir hier oben hingehen, kommen wir wieder Ah ja Eben sind wir hier oder da reingegangen Versuchen wir mal den Weg hier Mh, dann kommen wir da auch raus Versuchen wir mal den Weg, den wir gekommen sind Wenn es euch Spaß macht Ah ja, dann kommen wir hier raus Was gibt es denn hier hinten? Also da oben waren wir glaube ich schon Und hier noch nicht Aha Also es ist doch schon sehr verwirrend Muss ich dazu sagen Ah ja Jetzt sind wir wieder hier Im Notfall muss ich wohl dann doch Hilfe aus dem Internet zurate ziehen Ja Aber ich probiere erstmal ein bisschen rum Wie ihr wünscht Also da kommen wir direkt dahin Da kommen wir zu dem Trollding Und wenn wir hier lang gehen Kommen wir hier hin Sind wir schon hier hinten rausgegangen So sei es Also Norden, Osten Also Norden, Osten Okay, da kommen wir auch hier hin Da war gerade wieder so ein komischer Blubbel, den man hier eben gesehen hat Ah, also raus hier Das Gute ist, da sammelt sich immer mehr es gelässt Da weiß man schon, wie oft man da lang gekommen ist So sei es Vielleicht muss ich ja auch auf eine bestimmte Weise Durch diesen einen Raum da gehen Wo es so scheint Bin schon unterwegs Ich immer Dass ich da nicht rauskomme Und zwar So sei es Oh, Baum Das war jetzt echt nicht nötig Wir gehen einfach mal hier hin Dann kommen wir hier raus Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen Wenn ihr wollt Wenn ihr wollt Also wie man da nicht durchkommt, wissen wir schon mal Wenn ihr wollt Ja Oh, Geist Jetzt sag doch auch mal was dazu Du hast uns ja hier schon zehnmal vorbeilaufen gesehen Wenn ihr wollt Was gibt es denn hier eigentlich? Fahren wir da schon? Ich meine nicht Ah, wenn wir nach Stühle gehen, können wir da raus Klingt sinnvoll Wenn wir nach Norden und direkt wieder hier hinten hingehen Ja Können wir da auch wieder raus, oder wie? Ja, lass mal warten Hm, jetzt sind wir wieder hier Aha Ist ja höchst interessant Hm, hier gibt es wieder Skelette Ja, der einzige Weg ist hier nach Norden Ah, wie es dann weitergeht Aha Also zweimal nach Norden zu gehen Scheint schon mal gar nicht so schlecht Die Frage ist, was dann tun Aber noch ein Skeletter Euer Leben hat keine Zugehörigkeit Also da noch zwei Skeletter Zum Glück lassen die nichts liegen Sondern geben nur Erfahrung Guter Nachteil ist Irgendwann haben wir keine Munition mehr Theoretisch Hm Dann geht es mal so Wenn wir die nächsten sechs Minuten jetzt überhaupt keinen Fortschritt machen Dann gucke ich wirklich mal nach Aber Wenn wir doch einen kleinen erzielen, dann nicht Also Hier gibt es Einmal oder zweimal Das ist einmal anscheinend Hier gibt es einmal Gibt es keinmal Hm Ja, hier hinten gibt es jenen Hier unten gibt es den Hm Oben, unten, oben, unten Ah, oben Hm, das kann ich auch irgendwoher Gehen wir mal da hin Naja, das war falsch Eure Sonne des Lebens versinkt gerade hinter dem Horizont Ich meine für jemanden, der unendlich viel Erfahrung braucht Der gibt seinen Leuten einen Nahkampfwaffen Und läuft hier 20 Stunden rum Oder so Und level Aber für jemanden, der hier gern durch möchte Ist das nix Oder 100 Stunden oder so Irgendwie kriegt man seine Charaktere schon auf Stufe Keine Ahnung Wenn es euch Spaß macht 40 oder 30 Hm Nein, nein, nein Das taugt doch alles nix Aha Können nicht in die Wolfshöhle Über der Wolfshöhle gibt es auch nichts So Wenn wir jetzt hier reingehen Dann kommen wir wieder da raus Wo wir sowieso schon herkommen Oder wie Aha Das hatten wir doch auch noch nicht Dann gucke ich mir verarscht vor Gehen wir mal hier lang Aha Sind wir unten gerade lang gegangen Aha Sind wir hier rausgekommen Wenn wir jetzt wieder unten reingehen Dann kommen wir wieder hier raus Und wenn wir oben lang gehen Wie gewünscht Dann sind wir wieder hier Moment, habe ich da gerade dieses Ehrlicht blinken gesehen Versuch's mal Ich habe da ja gerade was gesehen Dieses Man sieht mir da ja so einen Ring So einen hellblauen Wenn ihr wollt Kann man ja versuchen Darauf zu achten Nein Diesmal nichts Wie ihr wünscht Nein So sei es Das war ja mal wieder Überhaupt nichts Ja Jetzt sag mir doch Wie es lang geht Ich bringe ich sonst einfach um Aha Das müsste doch auch Einen leichteren Weg Aha Aha Was war das Es fühlt mich in die Irre Ich weiß es Es macht mich irre Ich werde euch den Weg des Kriegers zeigen Also das Ehrlicht ist nicht nett Das können wir uns schon mal merken Oder was auch immer es sein soll Ich bin ja noch nie dazu gekommen Im richtigen Augenblick zu stoppen Um mal zu sehen Als was es denn jetzt definiert wird Vom Cursor Naja So sei es Und das ist der einzige Weg Den ich bis jetzt habe Wenn ich jetzt hier hingehe Dann komme ich wieder raus Ne dann kommt wir in den großen Raum hier Da habe ich jetzt gerade das blöse Licht nach oben gucken gesehen Ja Wie ihr wünscht Ja schon der nächste Stufenlauf Dann gehen wir erstmal hier lang Oh ja Wer hat denn damit gerechnet? Der Wald verarscht mich Ich mag das nicht Wir haben noch Elfen dabei Warum können die mit dem Wald nicht sprechen? Wie ihr wünscht Wir streicheln Und Dann wird alles gut Ah Garstiges Irrlicht Garstiges, garstiges Irrlicht Ist das alles was du kannst? Der Baum hat mich auch mal wieder gepackt Eine Schande Das wir gewalttätig werden müssen Ja wenn wir so weitermachen Gibt es hier bald keine ruhelosen Toten mehr Aha Oh drei Stufenaufstiege Das lasse ich mir doch gefallen Ja was sagten wir Wenn wir hier unten lang gehen Dann können wir in den Hauptraum Wenn wir vom Hauptraum aus hier oben lang gehen Dann können wir wieder zum Wolfsbau oder was? Aha Wie wir nach Norden gehen Dann sind wir einmal im Kreis gegangen Herrlich, herrlich Das sind jetzt drei Skelette Was soll sowas denn? Das sehe ich doch überhaupt nicht ein Heute ist ein guter Tag zum Sterben Muss ich wirklich in der Lösung nachgucken? Ich könnte natürlich auch allein nachgucken Wenn wir einen Stufenaufstieg nach dem anderen noch holen Aber Ne Ein bisschen Fortschritt wäre glaube ich schon ganz nett So sei es Es gibt hier doch noch irgendwas Was ich noch nicht gefunden habe Warum haben wir hier niemanden mit im Navigationsskill? Achso das ist der Ausgang Ne Das ist der, das ist der Wir haben nichts Ja Wir müssen uns mal überhaupt nicht weiter Jetzt sind wir wieder hier Ach ja, das können wir überhaupt nicht Die Zeit Legenden zu schaffen Nein, 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 nein Gut, ähm Ja Ich find's nicht Wie ihr wünscht Alles klar Ich, ähm Guck dann mal eben nach Damit wir nächstes Mal dann hier weitermachen können Bis dahin Auf Wiedersehen